CJ Entertainment und Focus Features International zeigen eine Moho-Filmproduktion. Ich bitte im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Mit Kang Ho Song und Okwin Kim. Mach, dass mich alle Menschen meiden wie einen Leprakranken mit faulendem Fleisch. Die erste Zusammenarbeit mit Hollywood. Mach mich zum Krüppel ohne Beine, auf das ich mich nicht frei bewegen kann. Todes Zeitpunkt. Drei Uhr einunddreißig. Mach, dass mich alle Menschen meiden wie einen Leprakranken mit faulendem Fleisch. Mach mich zum Krüppel ohne Beine, auf das ich mich nicht frei bewegen kann. Und lass mich in Schande leben. Ein Film von Oldboy-Regisseur Chan No Pak. Weißt du, ich habe eine fürchterliche Krankheit. Ein Priester wird zum Vampir. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht deines nächsten Weib begehren. Eine Seele erliegt blutigen Verlockungen. Durst. Vampire sind nicht völlig unsterblich. Wollen sie immer noch etwas von meinem Blut?